Eine Billigzahnkorrektur kann zu einem Misserfolg werden. Wie es ins Auge gehen kann, wenn man bei einer kieferorthopädischen Behandlung am falschen Ende spart, zeige ich Ihnen jetzt in diesem Video. Dieser Patient war einmal vor ca. anderthalb Jahren in meiner Praxis und hat sich hinsichtlich einer Zahnkorrektur von mir beraten lassen. Er entschied sich dann aber leider, sie andernorts, weil billiger, durchführen zu lassen. Nun kam er wieder zu mir, weil sich der Drahtretainer, den man ihm vor einem Monat nach Abschluss der Korrektur auf die Rückseite seiner Zähne geklebt hatte, an einem Zahn gelöst hatte. Der Patient hatte erkannt, dass es wohl nicht normal ist, wenn sich ein Retainer nach so kurzer Zeit löst und dass er vielleicht bei seinem Behandler nicht so gut aufgehoben war. Sie können im Spiegelbild sehen, dass der linke obere Schneidezahn nicht mehr mit dem Draht verbunden ist. Der Grund dafür ist, dass der Patient einen sogenannten Vorkontakt auf diesen Zahn hat. Er trifft nicht nur beim Abbeißen, sondern auch beim Kauen immer auf diesen Zahn und hat ihn schließlich dadurch vom Retainer losgebissen. Die Korrektur der störenden Zähne im Unterkiefer und die korrekte Einstellung des Bisses hat man sich also gespart. In der Aufsicht zeigt der grüne Pfeil auf den losen Retainer. Der Retainer wurde übrigens nicht in einem harmonischen Bogen auf die Zähne geklebt, sondern ziemlich kreuz und quer. Auch hat man nicht für nötig gehalten, die Eckzähne mit einzubeziehen, wie es sich eigentlich gehört hätte. Sie können aber außerdem auf diesem Foto noch viel mehr, sozusagen die ganze Bescherung sehen. Der Zahnbogen wurde überhaupt nicht harmonisch ausgerichtet. Der große Schneidezahn links steht zu weit außen, der kleine zu weit innen. Schließlich wurden Lücken nicht geschlossen. Hier ist eine kleine rechts und eine weitere in der Mitte. Aber die ganz große Katastrophe ist hier bei den blauen Pfeilen. Die Lücke, die man hier gelassen hat, wurde einfach und wenig gefühlvoll mit Kunststoff zugeschmiert. Lieblos, in unpassender Farbe und so gestaltet, dass eine vernünftige Reinigung mit Zahnseite gar nicht möglich ist. Schon jetzt ahnt man die Zahnfleischentzündung, die im Lauf der Zeit immer schlimmer werden wird. Hier nochmals von außen auf diesen Plastikriegel im Zwischenraum geschaut. Aus meiner Sicht hat der Patient am falschen Ende gespart und sein Geld rausgeschmissen. Er wird eine komplett neue kieferorthopädische Behandlung brauchen, um all diese Fehler zu korrigieren. Wenn Sie sehen möchten, wie Ihre Zähne mit einer geeigneten Zahnspange korrekt gerade gerichtet werden können, ohne Lücken, die dann geschlossen werden müssen. Oder wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie meine Webseite. Oder noch besser, besuchen Sie mich für eine persönliche Beratung in meiner Praxis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.